Willkommen zurück, Freunde, bei Siedler 1 Mission 20. Geile Sache, ne? Wow, richtig geil, Mann. Hammer. Wir sind bei der 299. Folge. Unglaubliche Kacke, Mann. Was sich ja abspielt. Alter Schwede. Ich freue mich schon so, bald 300 Folgen. Was ist bald? Die nächste Folge wird 300 sein. Da kann man doch nur... Nichts anderes sagen, ne? Okay, ich habe folgendes Problem. Ich habe so viel... Also wirklich so viel... Gold, dass ich kein Eisen habe. Unglaublich, ne? Scheiße, ich kriege keine Geologen mehr. Ich bekomme keine mehr, ich bekomme keine mehr. Okay, es hat natürlich einen Vor- und Nachteil. Gold brauche ich für meine Stärke der Soldaten. Aber ohne Eisen, äh, 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 schnackelts, keine Dingsbums. Waffen. Und ohne Waffen, keine Soldaten. Also alles scheiße. Und die Gegner haben natürlich Eisen. Außer der. Der hat im Prinzip ja eigentlich auch fast gar nichts. Okay, aber der da unten irgendwo... Wo ist er denn? Das bin ich. Äh, hallo? Ah. Der hat einen Arsch voll Eisen. Das ist sowas so unfair. Findet ihr nicht auch? Also... Da weiß man gar nicht, was man sagen soll dazu. Das ist einfach nur noch unfair. Richtig, richtig unfair. Sag mal. Was ist denn hier ausgebrochen, ey? So viel Gold habe ich schon lange nicht mehr auf Eimerhofen gesehen. Und wenn ich mal... Hier irgendwann einen Geologe hinbekomme, dann bin ich sehr dankbar. Ah, da ist gerade einer reingelatscht. Was das bedeutet? Ich bekomme einen. Und wir müssen jetzt natürlich hier im Auge behalten, dass wir noch genügend... Material haben. Darum werde ich jetzt auch hier schon mal... Moment, wo wollte ich es denn hinbauen? Hier oben. Irgendwo wollte ich noch was hinbauen. Also hier ist nachher der Bauer. Ah, stimmt. Ich glaube hier... Nee, Werkzeug... Werkzeugproduktion. Braucht mehr nicht immer, aber ab und zu. Können wir auch hier herbauen. Das ist nämlich dieses gute Stück hier. Könnte irgendwann wichtig werden. Wir machen einen direkten Weg hin. Aber... Das werden wir natürlich... Erstmal... Tack. Kriegt der gar nichts. So. Weil ich benötige jetzt auch noch nichts. Ist nur im Notfall, wenn was ausgeht. So. Es rupt wieder. Kohle gefunden. Nein, ich brauche Eisen. Hey Leute, komm. Hört auf mit dem Scheiß, ey. Wirklich. Das ist... Das ist für mich kein Spaß mehr, was hier gerade passiert. So, wir kriegen hier noch zwei Geologen. Vielleicht haben wir da hinten ja noch Glück. Weil hier kommt nämlich schon der Gelbe angegammelt. Das ist für mich kein Arbeiter, wie es jetzt gekommen ist, weil die sind noch alle hier beschäftigt. Wie sieht es aus mit den Soldaten? Lassen wir mal kurz laufen, dass ausgewechselt wird. Dass die ganzen blöden, gefreiten, zu obergefreiten irgendwann mal hoffentlich werden. Also hier müsste ich jetzt noch mal ein Glück versuchen. Und hier vielleicht noch. Moment. So. Da. Ein Geologe. Okay, immerhin. So, da laufen sie. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was rauskommt. Ich hoffe ja bitte nicht, dass irgendwelche Scheiß... Dreck so rauskommt. Hier hätte ich vielleicht noch Hoffnung, dass hier Eisen ist. Also hier definitiv nirgends mehr. Klar, hier haben wir ja auch schon alles soweit markiert für uns. Hier könnten wir sogar noch mal ne Ersatzmine aufbauen. Machen wir auch. Das ist nur in reinen Notfallsituationen wird das genutzt hier. Dann werde ich vielleicht sogar noch in die Richtung gehen. Dass vielleicht hier noch irgendwo ein paar Grümel sind. Richtung Wasser wollte ich eigentlich. Genau. Auf das werden wir uns jetzt versteifen hier. Aber auch mit nem etwas größeren Gebäude. Wenn wir's schon mal bauen dürfen, dann werden wir die auch nutzen. Wir haben hier trotzdem noch genug nachher für die... ...Schmelze. Oder? Reicht das hier? 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 Ja, das reicht. Waffenproduktion und Schmelze. Okay. Eisen. Ja, wie ich's gedacht hab. Also, müssen wir in die Richtung noch. Halt. Ne, 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 ne. Wenn's hier wirklich was gibt, dann müssen wir... Ah, nein, warten. Bis das besetzt ist. Dann könnte ich vielleicht sogar... Ups, ich glaub ich schreie ein bisschen. Noch größer bauen, vielleicht sogar ne Burg oder sowas. Ne Festung. Ähm, würde mal ein Baumeister kommen? Dreimal Granit noch übrig. So, ich glaub der Wechsel war jetzt gar nicht mal so übel. Ja, das werd ich auch machen. Wir haben ein Stückchen Land verloren. Okay, aber wir dürfen trotzdem... Nein! Was hab ich jetzt da gebaut? Weg. Weg mit. Eisen, Eisen. Können wir hier schmelzen? Ja. Müssen wir sichern. Das müssen wir für uns kriegen. Unbedingt. Unbedingt. Also, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Oh, hier ist alles voll mit Eisen. Ja. So, wir brauchen einmal was Großes. Da nehm ich das hier, ist ja ganz klar, ne. Das muss gesichert sein. So. Perfekt. Okay, darauf werd ich jetzt bauen, dass ich hier herkomme. Noch ein paar Geologen kommen. Schmelzen steht auch noch nicht. So, ich werd jetzt auch keine weiteren Bauprojekte mehr machen. Sagen sie, die nicht nötig sind. Außer in die Richtung noch. Damit ich so viele wie möglich bekomme. Ah, dürfen wir besetzen. Oh, da grenzen wir nämlich schon an. Wir müssen unsere... Holzfäller schützen. Und unsere Goldmühle natürlich auch noch. Scheiße. Also, muss ich doch da... Upsa, weiterbauen. Entschuldigung. Hatte gerade ein kleines Stück auf. Okay. Wo machen wir das am besten? Hier? So. So, dann kommen sie hier nicht ans Gold. Perfekt. Okay. Geschützt. Vorerst. Das wird auch meine Grenze sein. Weiter werde ich nicht gehen. Empfinde ich jetzt auch nicht für nötig. Jetzt hat die erstmal voll gemacht. Wo sind meine Arbeiter? Geil. Geil. Hinten ist echt gut. Baut der was? Ne, der baut nichts. Okay. Steinmetz. Wählt auch noch. Ah, komm Leute. Jetzt wird es dann aber eilig, ey. Die produziert schon. Okay, da kommt ein Arbeiter. Zwei. Dann wird wenigstens mal ein Steinmetz fertig hier. Das ist auch besitzt. Ah, sehr schön. Das ist eine gute Neuigkeit. Weil die kommen mir jetzt nämlich gerade näher hier. Oh, die wollen auch angeln, hä? Scheiße. Schweres Leben, schweres Leben. So. Dann könnte ich hier wirklich schmelzen, ey. Das wäre doch sowas von geil. So, die ziehen wieder ab. Die wollen keinen Ärger. Das ist schon mal gut. Das ist jetzt zwar echt nur scheiße da drin. Vier. Laufen bitte. Dankeschön. Ach so. Und noch was. Angreifen bitte nur starke. Danke. So. Und jetzt? Warten. Einfach nur warten. Einfach nur warten. Was? Land verloren. Was? Wie? Was? Wer? Warum? Ach so, klar. Das ist ja noch nicht fertig hier. Mich würde es auch mal interessieren, was es hier unten noch gibt. So, hier gibt es noch jede Menge Kohle hier oben. Finde ich gut. Einmal hier eine Mine. Einmal noch hier hinten vielleicht irgendwo noch eine. So, und hier noch eine. Perfekt. Das ist nur Notfall. Also nicht denken, dass ich hier jetzt überall bauen werde. Das wisst ihr ja langsam. Also die, die mich kennen. Ich tue nur schon mal, dass ich nicht wieder wuteln muss. Tue ich hier schon mal, äh, Vorsorge leisten. So, hier haben wir eine Halle fertig. Ein Lager. Für uns. So, die Grenze hätten wir. Hier fehlt sie noch. Ich hoffe nicht, dass der hier weitermacht. Uh. Du Scheiße. Wie sieht es aus mit Gold? Haben sie irgendwo Gold? Äh, was die brutal. Was die Dings haben, ey. Boah. Yeah, Steinmetz. Fertig. Warum nur noch ein Arbeiter drin? Der steht noch nicht. Oh Mann. Kommt schon. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Pickel machen bald. Ne, noch nicht. Jetzt reicht es noch. Hier war schon der Planierer. Hier fehlt noch die Goldschmelze. Leute, baut die scheiß Schmelze. Los, bitte. Klar ist Essen auch wichtig, aber die Schmelze ist natürlich auch noch wichtiger. Boah, das hinten. Schicken wir nochmal einen raus. Der sollt ihr ja immer wieder frei machen. Okay, hier bauen sie noch was hin. Ist aber egal. Der kommt nicht so weit. Ich kann die Gegend nicht einschätzen, wie sie drauf sind. Ob sie gut sind, schlecht sind. Das ist jetzt auch mit dem Gold noch nicht so viel. Der hat hier. Baut aber noch nicht ab. Ich bin schon voll dran, ne? Voll heftig. Was sagt denn die Statistik? Gelb wird das größte Land. Militärische Stärke bin ich auch ziemlich gut. Da ich ja auch schon einige Türmchen habe. Eigentlich sollte ich sie nochmal laufen lassen. Klingt jetzt aber gerade wenig. Weil sonst verstopft wird der Verkehr hier. Haben wir jetzt keinen Siedler mehr übrig? Ah, wieso kommt da keiner mehr? Scheiße, gehen gerade alle in den Träger, ne? Ah ja, Tatsache. Okay. Da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Wieso, wo fehlen denn noch hier? Ach, da fehlt... Ne, da ist doch... Ach, tatsächlich, da fehlt noch ein Träger hier. Deswegen kommt kein... Ah, da kommt der Steinmetz. Endlich. Oh, da ist auch schon einer auf der Baustelle. Auch nicht schlecht. Da kommt mal ein Schaufler. Der will dann das... Ah, der will dann das Eisen. Da ist auch schon einer, ein Baumeister. Lagern die hier was ein? Nö. Ich habe mir gerade gedacht, ey. Ich will ja nicht zu viele Wege ziehen. Weil sonst kommt der hier durcheinander mit dem Bauen. So. Was können wir denn noch bauen? Nichts. Ich muss warten. Ganz einfach. Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Steinmetz. Ah, ist der Steinmetz. Ah, endlich. Ja. Gott sei Dank. Da kommt schon Holz. Also Holz habe ich diesmal, glaube ich, richtig gut reagiert. Ja. Aber diesmal ist es echt perfekt. Ist zwar jetzt schon ausgegangen, aber ich kann meine Projekte soweit immer noch fertigstellen. Also es ist kein großer Mangel da. Und hier mal frei. Das werde ich hier noch verbinden. Da auch. Wohin bringen sie jetzt das Holz? Was machen sie hier oben mit dem? Ah, okay. Klar, da ist ja der Weg. Okay. So, hier sind wir auch. Was bauen sie hier? Oh Mann, ey. Das werde ich nicht schaffen. Außer die machen jetzt hier ziemlich schnell. Auch mit dem Stein und so. Kommt da schon einer? Ja. Okay, jetzt haben wir doppelt so schnell Stein. Dann könnte es auch hier alles klappen. Ah, der baut schon. Aber so weit wird er nicht kommen. Das schafft er auf gar keinen Fall. Zur Burg. Beziehungsweise Festung. Okay, elf. Acht. Zwölf. Ich kann nur nichts anderes bauen. Ich muss noch warten. Ich muss unbedingt noch warten. So, jetzt transportiert er so schnell wie möglich. Können wir auch hier so noch den Weg ziehen. Hier ist auch nichts. Ach, shit. Okay. Baut der auch schon ab? Ich glaube, die machen immer erst mal Pause, ne? Die werden langsam stärker, oder? Drei, sieben. Was haben wir noch im Ersatz? Waffenersatz? 25. Holz haben wir gerade gar keins mehr. Also das müssen wir hier nicht. Aber es kann sein, dass da noch irgendwas drin liegt. Ne, auch nicht. Ah, da fehlt noch überall Stein. Wenn ich den bekomme, dann wird es lustig. Weil dann wird es auch ziemlich schnell vorangehen zum Eisen. Das ist jetzt gerade das Wichtigste, was ich noch brauche. Eisen. Und... Ah, das haben wir fertiggestellt. Wird aber vielleicht bis hierher gehen. Aber ich denke, weiter wird es nicht kommen. Oder? Wir sind uns jetzt überraschen lassen. Kohle gefunden. Kein Interesse. Danke. 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 So, Stein. Wohin bringen sie? Ist ja irgendwie wichtig. Ah, hier kann ich noch ein Gebäude bauen. Stimmt. Schon mal zum Sichern. Mach ich einmal hier. Ne, halt. Hier kann ich eine Schmelze bauen später. Gut, die kann ich auch gleich bauen. Bringt noch nichts. Bringt nix. Bringt einfach nix. Was soll ich machen? Ah doch. Wir fordern die Minen fertig sind, steht die Schmelze. Ne, schon mal ein Schmelzer dran. Dann bringen sie es gleich zur Schmelze. Jetzt muss ich aber erstmal warten, was hier passiert. Was wird jetzt da so passieren? Ich weiß sowieso nicht, mit wem ich mich als erstes anlegen soll. Okay, das ist machbar, dass ich es trotzdem noch bekomme. Mit der Hilfe hier. So, also bauen wir hier einmal eine Schmelze ran. Und dann machen wir hier schon mal alles bereit für den Waffenschmied. Oder hier oben. Ne, wenn dann eher hier. Hier machen wir alles bereit für den Waffenschmied. Und können das eigentlich auch schon mal anschließen, dass da dann auch gleich was geht. Da können wir keinen Weg mehr wegziehen. Aber wir können hier her. So. Da kommt es von hier. Da kommt es dann rüber. Okay, passt. So gefällt es mir. Ah, er hat Stein bekommen. Nice. Jetzt habe ich zwar wieder was gebaut, aber wir sehen uns dann am besten gleich wieder im nächsten Part. Bis dahin. Schönen Tag noch. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.